Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Noch steht ja das Topspiel bei Hamburg SV am Samstagabend auf dem Programm, doch schon jetzt richtet sich der Fokus rund um Schalke auch auf die winterliche Transferperiode, für die Sportdirektor Ruben Schröder die ein oder andere Verstärkung in Aussicht gestellt hat. Kommen soll möglichst eine Soforthilfe und kein Geheimnis ist es, dass vor allen Dingen nach einem zusätzlichen Angreifer gesucht wird. Aktuell verdichten sich ja die Gerüchte um ein Schalker Interesse an Erdschank Kara von Rapid Wien, doch man muss sich in Gelsenkirchen augenscheinlich von dem Gedanken verabschieden, dass der österreichische Nationalspieler als Stempel anhand gezogen werden kann. Rapid Wien würde den außerhoffenden Vertrag mit dem neunfachen Torstützen der laufenden Saison zwar gerne verlängern, doch die Chancen Hütterdorfer werden insgesamt als eher überschaubar eingestuft. Um Kara dann nicht im Sommer ablösefrei abgeben zu müssen, setzt man sich bei Rapid auch mit dem Szenario eines vorzeitigen Verkaufs im Januar auseinander. Trainer Ferdinand Feldhofer und Sportdirektor Zoran Barisic schloss nun gegenüber dem Kurier auf jeden Fall in keine Richtung etwas aus. Bislang wurde er kolportiert, dass der Preis sich ungefähr bei einer halben Million Euro einpendeln wird, allerdings wird eben für 500.000 Euro Rapid Kara kaum ziehen lassen, zumal dem Vernehmen nach neben Schalke auch Werder Bremen noch weitere Interessenten vorhanden sind, was die Chancen des österreichischen Traditionsdorfer einer millionenschwere Ablöse natürlich auch erhöhen dürfte. Mehr als 3 Millionen Euro, wie im vergangenen Sommer von Swansea City offeriert worden war, bevor der Transfer auf die Insel aber doch noch platzte, wird Rapid für Kara ein halbes Jahr vor Vertragsende aber sicherlich auch nicht mehr erlösen können, aber eben auch nicht nur diese 500.000 Euro, die Sport 1 gestern ins Spiel gebracht hat. Ich finde immer noch Erjankara vom Gesamtpaket extrem interessant für uns Schalker, glaube aber irgendwie auch, dass am Ende er nicht der Stürmer sein wird, der kommen wird, denn bei Ruven Schröder war es ja bislang eigentlich immer so, dass Namen, die gar nicht wurden in den Medien, eigentlich nie wirklich ernsthaft behandelt wurden, vielleicht bis auf Rodrigo Salazar, das Ranzellgerücht, gab es etwas länger vor Vertragsunterschrift, deswegen glaube ich sogar, dass es wieder irgendeine Überraschung werden wird, ein typischer Schröder-Move, was seine neue Stürmer betrifft. Aber noch einmal vom Gesamtpaket, wenn man dann vielleicht doch ein bisschen mehr als diese 500.000 Euro bezahlt, immer noch okay, aber natürlich muss man noch darauf gucken, was finanziell überhaupt möglich ist. Eure Meinung zu Erjankara, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!